Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Volkswagen. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor bei noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Automobilbranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 8,7% bei der Vorzugsaktie von VW. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also, die Aktie kommt aus Deutschland und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 52 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium hat die Firma in den letzten, bzw. in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet. Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen. Und zwar von 4,86 auf 9,06 Euro je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es eine Dividendenkürzung und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Das dritte Kriterium. Wie groß wäre der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also, während der Finanzkrise hat die Aktie ca. 78% an Wert verloren und seitdem keinen größeren Kurs Einbruch mehr gelitten als damals. Und hier gibt es von mir insgesamt einen Minuspunkt. Das vierte Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 47% an Wert verloren. Und das ist nicht so berauschend, würde ich sagen. Und damit vergebe ich hier auch einen Minuspunkt. Das fünfte Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei ca. 72%. Am Ende haben wir eine Eigenkapitalquote von ca. 28%. Und das liegt noch in einem guten Bereich, meiner Meinung nach. Deshalb vergebe ich hier einen halben Punkt. Das sechste Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn? Und dann nimmt es im nächsten Geschäftsjahr. Also, in 2022 gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 29,66 Euro. Der ist dann im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 31,94 Euro je Aktie. Allerdings für die Zukunft erwarten die Lüsten wieder einen Rückgang auf 30,2 Euro je Aktie. Hier ist die aktuelle Analysten-Schätzungen für das Gesamtjahr 2024. Und hier vergebe ich keinen Punkt. Das letzte Kriterium liegt das aktuelle KGV 130 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Also, das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Jahr 2024 liegt momentan bei ca. 3,4. Und damit unterhalb der 30er Marke. Deshalb vergebe ich hier einen vollen Punkt. So, damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt VW in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich einen Punkt von 7 maximalen möglichen Pluspunkten. Und in meiner Sicherheitscheckabend landet die Aktie damit auf der vierten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste. Alle bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Sicherheitscheck. Und hier landet VW momentan mit dem einreichenden Punkt hier auf dem 13. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht und übrigens dann direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch in der Link unter dem Video. Jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Vorzugsaktie von VW von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 17. Juni 2024. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheinen die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann wieder mal mit diesem Video. Und wenn ihr zum Schluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch ausstellen. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal.